Herzlich willkommen Leute, heute ist richtig was los, Version 65 ist out now, ja, und immer wenn ja so neue Versionen kommen, dann kommen ja so neue Sachen und von daher gucken wir mal rein, was Version 65 out now so beherbergt, von daher los jetzt. So, ich hab das ganze mal auf deutsch gemacht, ja, damit wir auch alle wissen, wovon wir reden, ne, so, also Version 65, ihr kennt das Spiel, ne, braucht ein bisschen, bis es ausgerollt ist, bla bla bla, erst bei Android, dann bei iOS, ja, und dann geht das los. So, gucken wir mal, was geht da los, ja, also es kommt ein New Astral Event, ja, also so ein Event mit Elfen und sowas, ja, die Astral-Elfen, kommt ein neues Event, es gibt neue Oster-Helden, ja, also sprich, es ist alles schon mit drin für das Oster-Event, ist ja logisch, denn die Events sind ja mittlerweile, also diese saisonalen Events, sind ja mittlerweile so lang, ja, dass du ja von einem Event ins nächste startest, ne, also ich geh mal davon aus, dass sie jetzt im März direkt auch direkt loslegen mit den Dingern, ne, damit du ja die Münzen loswirst. So, Hero of the Months gibt's auch, ne, Anushka, Anushka kommt, ja, im März, in Lila. Ich weiß jetzt gerade nicht, was Anushka macht, ich hab mich da in der Beta tatsächlich nicht mit auseinandergesetzt, ähm, ja, vielleicht hau ich noch ein Video raus, ja, wollen wir mal gucken, ne. Ja, so, Springville kommt und Hero of the Months kommt zurück, hab ich heute schon, haben sie schon vorher angeteasert in bunten Bildern, gucken wir uns gleich an, ja, so, jetzt gucken wir mal, neues Astral-Event, ja, Astral-Ereignis, 7. März bis 9. März, 3 Tage nur, 7. 8. 9., krass, okay, besuchen Sie die Astral-Ebene und nehmen Sie eine Herausforderung des Astral-Elfen gleich, also Astral-Elfen, ja, also Elfen, Elfen-Event, ja, so. Bei der Astral-Beschwörung ist es so ein bisschen wie bei den Goblins, ja, wenn sie einen legendären Astral-Helden aus der Astral-Beschwörung bekommen, erhalten sie einen weiteren legendären Astral-Helden als Bonus, ja, meine, wenn du dann was kriegst, ist das ja schön, ja, kacke ist bloß, wenn du nicht kriegst, ne, wie bei den Goblins oft, ja, so, neue Quest, Level-Eigenschaften, Ebene der Astral-Elfen, die Mana-Generation der Helden oder des Helden wird verdoppelt, krass. Alle von Helden gewirkten Status-Effekten dauern nur eine Runde, das ist nicht so krass. Gilt nur für Status-Effekte, bei denen die Dauer angegeben ist. Alle Feinde bleiben davon unberührt. Ach ja, so, Feinde stehlen alle drei Runden 15% Mana von allen Helden. Ja, das ist ja nicht in Ordnung, ja. Aber gut, nehmen wir so hin, ne. So, es gibt vier neue legendäre Helden, einen Vier-Sterne-Held und einen Drei-Sterne-Held. Wir kennen das Spiel, mittlerweile sind so Vier-Sterne-Helden und Drei-Sterne-Helden, also wo es früher quasi mehrere gab. Ja, müssen sie jetzt wenigstens einen machen, ne. Aber ansonsten geht's ja immer nur um die Fünf-Sterne-Helden. Dann kommt Springville. Oh, hätte ich mir früher gedacht. 18. März erst. Oh, aber dafür den gesamten April noch. Alter Lachs. Ja, da hast du dann wenigstens auch Zeit, das Ding durchzuspielen, ja. 18. März bis 29. April. Leck mich doch am Arsch, ey. Okay, also Chance auf perfekte 10 bei der Beschwörung, das kennen wir mittlerweile. Event-Booster für Kampfbonus und zusätzliche Geschenke. Problem ist, dass dieser Bonus oder dieser Booster halt nicht cool ist, ja. Also der lohnt sich. Wenn man es mal runterrechnet, lohnt der nicht. Es gibt neue Osterhelden, Fräulein Ethel und Timo, was? Timo Toys. Timo Toys. Timo Toys? Timo. Ja, also es gibt neue Helden, Fräulein und Timo. Ne, so. Und es gibt neue Kostüme für Archie und Jasper. Ja, hier steht Jaspis, aber Jaspis ist auch geil. Alte Pissnägel. Ja, also Jasper. Ja, finde ich jetzt ganz okay. Also warum sollen die keine Kostüme kriegen? Ja, kriegen ja alle andere Hochkostüme, ne. Also was solltet. Dann kommen die neuen VIP-Pässe. Ein neuer Zeitersparnis-VIP-Pass. Ja, bitte lesen Sie die Dings, die Details, bla bla. Tägliche Item-Drops, neue zeitsparende Funktionen. Schaltet die Möglichkeit frei, Beuteticket zu verwenden, um bestimmte Quest-Abschnitte abzuschließen. Schaltet den Schnellkampf-Modus frei. Okay. Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist es so, dass da irgendwie auch die Autoplay-Variation, wenn ich das richtig damals gelesen habe im Beta-Test, dass die Autoplay-Version dann auch schneller spielt. Also du kannst schneller im Autoplay auch spielen. Äh, ja, äh, ist jetzt für mich nicht, äh, also ist jetzt nicht der Game-Changer. Also ich muss ich mir angucken, aber glaube nicht, dass ich dafür Geld ausgebe. Also, na, aber egal. So, und dann gibt's, äh, an sich den verbesserten VIP-Pass. Ja, wer, äh, noch nicht mitbekommen hat. Es gibt quasi jetzt dann, äh, äh, zwei, zwei Formen, ja, würde ich jetzt mal behaupten vom VIP-Pass. So hab ich das verstanden. Kann man sich aber alles in Ruhe durchlesen, ne. Also ist jetzt auch nichts, was jetzt, äh, die Welt verändert an der Stelle. Was aber zurückkommt, ist die Monster-Insel ab 6. März, ja. Ja, und, äh, die Monster-Horden erscheinen jetzt in drei verschiedenen Größen, ja. Der Schaden an Schergen auf Monster-Island, äh, wurde erhöht, ja. So, Monster-Horden auf Monster-Island belohnen jetzt mit Beute. Das heißt also, wenn du jetzt jemanden angriffst, war es ja vorher so gewesen, dass du dafür nichts bekommen hast, ne. Das heißt, die, die sich zurückgehalten haben, haben sicherlich später so eine, ich nenn's mal, äh, Belohnung bekommen anhand der Punkte, die sie für ihre Allianz gemacht haben. Ähm, aber ansonsten war das eher ein gesamtes Allianz-Ergebnis, was ich an sich auch okay finde. Äh, jetzt kriegst du aber, wenn du halt aktiv unterwegs bist und Horden angreifst und tötest, kriegst du halt auch noch Belohnung für. Das wird jetzt nicht krass, doll, mega sein, aber kriegst du wenigstens ein bisschen Fleisch und, weiß ich nicht, einen Knochen oder so, ja. Immerhin. So, Anzahl der Schatztruhen wurde erhöht, das wiederum erhöht die Beute, das ist gar nicht verkehrt. Anhaltender Schaden wird zwischen Kostümen auf Monster-Island übertragen. Das heißt also, du kannst nicht mit Kostümen gefühlt mit neuen Helden starten, sondern, wenn der Held ein Kostüm hat, hat das Kostüm auch Schaden genommen, ja. So. Bergenhorden haben jetzt die Chance, Truhenschlüssel als Belohnung fallen zu lassen, das ist wiederum, äh, gut. Ja, also nicht nur die Titanen, ne, und viele weitere kleine abgefahrene Verbesserungen, ja. Also grundsätzlich finde ich es erstmal schön, dass Monster-Island wiederkommt, mir hat das Spaß gemacht, ich fand das gut, von daher alles schick. So, und die Heldenliga ist auch zurück, es ist nicht zu glauben, ja, jetzt drehen sie auf, Junge. Ab 5. März kommt die Heldenliga zurück. Ich weiß nicht, warum man jetzt zwangsläufig am 5. März die Heldenliga wiederbringt und am 6. März die Monster-Island, warum hätte man das jetzt nicht ein bisschen aufstaffeln können. Ähm, musste wahrscheinlich jetzt schnell raus, um, äh, Ostergeld zu verdienen, ne, also andere kriegen ja Weihnachtsgeld und, äh, wahrscheinlich kriegt Small Giants Ostergeld. Ähm, so, diesmal bei der Heldenliga andere ausgewählte Familien, ja, Pirates, Teltoc, Avalon, Grimm-Forest-Wonderland, die jetzt quasi gepusht werden, ja, die einen höheren Wert haben. Und es ist immer noch ein Beta-Ding, dementsprechend sind die Belohnungen auch noch reduziert, ja, aber du kriegst jetzt Belohnungen, wie als wenn du PvP-Überfall machst. Das heißt, für jeden Kampf, den du gewinnst, bekommst du Eisen, Fleisch und Rekruten. Das finde ich erstmal gut, dann ist zumindest mal ein bisschen auf, wenn du das machst, also hast du ein bisschen was von. Ob das jetzt so überlebenswichtig ist, ist eine andere Geschichte, aber besser, als wenn du das einfach nur machst und, äh, egal, ne. Und sie haben sich ein bisschen was einfallen lassen mit den Angriffen. Und zwar ist es so, dass die Anzahl der Angriffe jetzt steigen, ja, so, die maximale tägliche Angriffe variieren von Runde zu Runde. Das heißt, in der ersten Woche, ja, das ist ja immer wochenweise, in der ersten Woche hast du maximal vier Angriffe pro Tag. So, äh, das geht dann sechs Tage, der siebte Tag ist ein Cooldown-Tag, ja, also da wird dann quasi neu gewürfelt, wer noch drin ist in der Runde. Und, äh, dann geht's in die Runde zwei, was dann wieder sechs Tage geht. In den sechs Tagen hast du pro Tag sechs Angriffe. So, wenn du dann weiterkommst in der nächsten Runde, hast du acht Angriffe pro Tag. Nicht vergessen. Und in der letzten Runde, was hier scheiße beschrieben ist, was ist dann Runde vier, ja, hast du zehn Angriffe pro Tag. Ich verstehe ja, dass sie das jetzt angepasst haben und sie sagen, die, die jetzt quasi in die letzte Woche reinrutschen, sind eh total nerdy und, ähm, haben dann auch Zeit und Luft, zehn Angriffe zu machen. Pro Tag, ich find's zu viel. Ich muss das echt so sagen. Also, sie haben damals die zehn Angriffe pro Tag gleich von Anfang an gehabt, ähm, haben sich alle ausgekotzt, haben sich in der zweiten Woche direkt runter reduziert. Jetzt gehen sie wieder hoch. Zehn Angriffe pro Tag find ich zu viel. Plus die ganzen Sachen, die du über den Weg noch machen musst, ähm, ist meine Meinung. Kann jeder drüber denken, wie er mag. Ich persönlich finde es für berufstätig mit allen Sachen, die sonst noch so anstehen, zu viel, muss ich einfach so sagen. Ja, die Flucht aus Schlachten wird jetzt als Niederlage gewertet, anstatt null Punkte zu erhalten. Ähm, wenn ich das jetzt quasi richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass wenn du damals geflohen bist, hast du, egal wie es aussah auf dem Feld, null Punkte bekommen. Also, auch wenn nur noch ein Gegner da war und du wolltest dann, oder, du weißt nicht, war ein Wiederbeleber von mir aus und du wolltest halt flüchten, bevor der jetzt wiederbelebt, weil du eh keine Chance mehr gehabt hättest, dann hast du null Punkte bekommen, obwohl du vier Gegner rasiert hast. Das ist jetzt offensichtlich wohl nicht mehr der Fall. Ja, das heißt, du kannst flüchten und kriegst dafür Punkte. Das ist ja erstmal nicht verkehrt. So, die Kommunikation der Heldenliga-Kampfbonuspunkte wurde verbessert. Das ist natürlich scheiße übersetzt, ne? Also, ich geh mal davon aus, dass die Zusammensetzung der Kampfbonuspunkte verbessert wurde. Ähm, der Indikator, der die Rangfolge der Spieler in der Liga anzeigt und anzeigt, ob sie vom Ausscheiden bedroht sind, wurde verbessert. Das heißt, man hatte nicht wirklich ein Gefühl, ist man jetzt, äh, also ist man weit weg vom Wegsterben, ja, von den Prozentmarken oder nah dran oder was auch immer. Das haben sie wohl verbessert, wie auch immer das aussieht. Ja, so. Äh, brr, brr, brr. Ja, dann kommt dazu, dass quasi die vorgestellten Familienboni wurden überarbeitet. Also, aktualisierte Stadtbonis für Helden zuvor 30 Prozent für alle Seltenheiten. Jetzt ist es so, dass wenn du mit 5 Sternern angreifst, kriegst du 40 Prozent obendrauf, mit 4 Sternern 60 Prozent und mit seltenen Helden 100 Prozent. Muss ja mal gucken, inwieweit da trotzdem eine Chance besteht, mit, äh, 3 Sterne Helden reinzugehen. Also, ich wüsste, wenn ich so zurückdenke, was ich für Brocken hatte in den normalen Kriegen, also, nicht normalen Kriegen, in den normalen Helden-Dingsbums damals, dann bin ich der Meinung, äh, dass ich da mit 3 Sternern nicht reingehen brauche. Also, selbst mit Alpha Break, also, äh, da fällt mir jetzt so ein, so ein Fatz oder so ein Strauchbär, aber wenn die alle langsam auch unterwegs sind, äh, ja, dann hat das nicht viel Sinn gehabt. Aber lassen wir uns überraschen. Kommt auf jeden Fall wieder, wieder als Beta-Test, damit sie sich quasi rausreden können, dass sie nicht viel Belohnung ausschütten dafür. Mal gucken, muss ich mir wirklich anschauen, ob ich in der letzten Runde da irgendwie 10 Angriffe oder auch 8 am Tag, vielleicht auch viel, aber mal sehen, ja. Ja, so, Verbesserungen für die Aufsammelbeschwörung, wo da eine Münze hinzugefügt? Ah, ich weiß jetzt nicht, was er meint mit einer Aufsammelbeschwörung. Keine Ahnung. Ja, gibt einen neuen visuellen Effekt, ein blauer Wirbel, wenn die Mana-Menge eines Helden am Ende einer Runde geändert wird. Na bitte, ja. Also, was, Alter, ja. Ja, gut. Hier noch zig Korrekturen, ne. Ja, ähm, die könnt ihr euch sicherlich alle ganz in Ruhe selbst durchlesen. Ich glaube, da müssen wir jetzt hier nicht, ähm, alles durchgehen, ja, weil das mir einfach zu nervig ist, tatsächlich, ja. Das ist mir zu nervig. Und außerdem muss man da auch gucken, was betrifft einen davon oder was nicht, ne. Hier zum Beispiel Ausweichmanöver von Margaret und Arfanias brechen nun korrekt kaskadierte Angriffe ab, die angeben, dass ein Ziel getroffen werden muss. Zum Beispiel Kofu oder Arex. Das ist zum Beispiel wichtig, ne, dass wenn Arfanias jetzt auslöst, Kofu nicht durchsenzt, sondern dann ist vorbei. Ja, so eine Information ist zum Beispiel wichtig. Da muss einfach jeder mal jetzt schauen, was ist für seine Helden oder für seine Gegner halt wichtig. Und sich das mal in Ruhe durchgucken. Ne? So, es gab dann auch noch so ein, ähm, müssen wir gerade gucken. Warte. So ein anderes, ähm, Dingsbums. Ne. Schön, dass man die Kamera weggemacht hat. Es gab dann noch so ein anderes Dingsbums. Und zwar, aber ich glaube, da steht auch nichts weiter Craziest drin. Ich zeige es euch trotzdem mal. Ne, das war falsch. Ich falsche mache. Kopieren. Zack. Entfügen. Zack. Also, das kam vorher, ja. Das ist quasi die Ankündigung für die neue Hero League, ne. Ne, und hier sieht man das auch ganz schön im Kalendrian, ne. Also, erste Woche, vier Angriffe pro Tag. Zweite Runde, sechs Angriffe, acht Angriffe in der dritten Runde. Und in der letzten Runde, zehn Angriffe. Immer sechs Tage. Der siebte Tag, also der Sonntag, ist ein Cooldown-Tag. Also, wenn das jetzt auf den Montag beginnt, dann bin ich glaube, ja, ich hab jetzt nicht geguckt, was das Datum ist. Ähm, und dann ist das Ganze schick, ja. Also, da habt ihr auch nichts verpasst, wenn ihr den Post nicht gelesen habt, ne. Das kommt jedenfalls alles. Also, es ist mächtig Alarm hier im März. Und, äh, ich bin mal gespannt mit Insel, Hero League und was da nicht alles so kommt, ähm, wie sich das so verhält, ja. Wir wollen mal sehen, ne. Von daher, Leute, ich hoffe, es war informativ gewesen und wir sehen uns das nächste Mal, wenn Version 66 dann kommt, ja. Oder schon irgendwas abgefahren ist, in der Beta für Version 66 dabei ist. Und ich mir denke, da muss ich unbedingt meinen Senf zu abgeben. Den melde ich mich natürlich schon vor, ja. Bis dahin, haut rein. Ciao.